Das ist jetzt Männersport. Der ist ja kurz vor der Scheibe eigentlich. Oder? Ja. Respekt. Wenn du jetzt noch eine 12 machst, hast du es gerade... Vielleicht nicht 32? Nimmst du diese 12 weg? Entschuldigung. Aber wenn du jetzt deine 12 machst, hast du hier unentschieden. Weißt du ja. Dann kann der mit den meisten 12 gewinnen. Respekt. Also.